Ganz was anderes. Wie schaut es mit der Form aus? Ist die Futsch drauf? Ja, es geht wirklich gut. Startnummer 12 für Schneckchen. Die Nummer für den Schneckchen war bei 11. Nummer 15. Nummer 15. Nummer 15. Nummer 15. Nummer 15. Hi Jules! Wie geht es? Es geht gut. Okay. Welche Nummer haben wir? Nummer 14. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 10. Wenn ich etwas interessanter habe, werde ich das posten. Sonst nicht. Es gibt zwei Sachen. Das ist sauer. Das ist sauer. Weil ich habe dich... Hallo an alle! Nummer 1. Nummer 1. Anna Feininger. Saison. Aber die ist schon fest, oder? Das habe ich von denen gehört. Nummer 15. Die Nummer 5. Ich bin sehr glücklich, dass ich das letzte Mal erreicht habe. Es war einfach ein fantastischere Zeit. Simon, I have to stop. Nummer 5! Was ist das? T Nummer 5! 1, 1 auf der Wehr und noch Blaschwein. Für Kathrin T2, I am one of those... Ich war in den letzten Jahren gefühlte hundertmal die allerletzte bei der Hauslosung, muss also immer am längsten warten sein. Und in diesem Erlauf im Kreis der sechs Damen, Sochi im Hintergrundsgroßen im Skisport, Maria... Er hat's nicht mehr so richtig gezählt. Er hat nur mehr die Jägermeister gezählt. Das gehört's. Also, ich wünsche dir alles, alles... Find a mal Ife und always be me, Don't give a shiif. Know what? And he films are like this.